Was ist denn da los? Eigentlich sollte Bauer sucht Frau Starr Denise Munding überglücklich sein. Mit ihrem auserwählten Nils Dworczak erwartet sie gerade das erste gemeinsame Kind. Die beiden sind seit fast zwei Jahren verlobt, zu der eigentlich geplanten Hochzeit kam es bisher aber noch nicht. Nun scheinen sie das Thema Ehe komplett über Bord geworfen zu haben. Im Netz gab Denise jetzt offiziell bekannt, sie und Nils werden doch nicht heiraten. In ihrer Instagram-Story machte Denise eine kleine Fragerunde mit ihren Fans. Dabei fragte ein Follower, ob die beiden denn grundsätzlich eine Hochzeit planen würden. Die Antwort der Landwirtin ist kurz und bündig. Nein, schrieb sie und setzte dazu ein Selfie von sich, auf dem sie einen unzufriedenen Gesichtsausdruck zeigt. Eine Begründung lieferte sie zwar nicht, in ihrer Beziehung dürfte es momentan aber trotzdem recht harmonisch zugehen. Zumindest hatte Denise zuletzt immer häufiger gemeinsame Bilder mit ihrem Liebsten geteilt. In dem QR gab Denise auch einige Baby-Updates. Sie verriet unter anderem, dass es dem kleinen Mädchen derzeit gut gehe, sie selbst aber momentan krank sei. Außerdem hätten sie und Nils sich noch nicht auf einen Namen geeinigt, aber ihre größte Angst wäre im Moment sowieso der Alltag mit Baby auf dem Hof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017